Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Ovidians mit mir im Endking. So an diesem wunderschönen Montag werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wieso kamen gestern keine Parts hoch? Ja, ganz einfach, ich hatte viel zu tun, viel zu tun. Wie zum Beispiel musste ich den Livestream vorbereiten gestern, ich hoffe der hat das Wett gemacht, dass gestern keine Parts kamen. Ja, dann wollte ich jetzt eigentlich hier direkt loslegen, ohne weiter mich zu erklären. Ich wollte nur sagen, ja ihr könnt den Part wahrscheinlich jetzt schon bei YouTube angucken. Ich glaube der müsste schon oben sein. Ich nehme es jetzt hier direkt nach dem Livestream auf, weil ich halt, ja, was für Montag haben möchte. Beziehungsweise haben wir ja eigentlich schon jetzt schon Montag, 1 Uhr morgens. Ja, ich beginne mal hier, wir sind immer noch in den Todesgräben und wir wagen uns weiter vor. Denn die eine Brücke da, die ist kaputt und deswegen müssen wir uns hier ein bisschen zurechtfinden und hier so kreuz und quer durchlümmeln, sag ich mal. Oh ja, da hinten geht es wahrscheinlich ab. Oh nein, was passiert denn jetzt? Nein, Kreischer von... Ah, überall, ach du Kacke. So, Shale, ich hoffe du bereitest dich schon mal darauf vor, Regenerationsschuss einzusetzen. Da los! Jetzt komm! Ja, geil, fast alle betäubt. Coole Sache. So, am besten greife ich die erstmal an hier. Mit dem hier und Ogryn. Ogryn hat ja jetzt diese geile Fähigkeit. Äh, wo ist sie denn? Zwei-Händiger-Streich. Oder hat er die jetzt noch gar nicht? Nein, sag bitte nicht, dass ich die gar nicht ausgewählt habe. Die muss er aber jetzt haben, oder? Äh, ja, ich glaube, das ist eigentlich die, das müsste eigentlich die Fähigkeit sein, Zwei-Händiger-Streich. Dass die, Moment, ich mach erstmal so, dass er sich, dass er mehrere anvisiert oder mehrere treffen wird, wahrscheinlich. So, jetzt aber den hier und dann Zwei-Händiger-Streich. So, mal gucken, ob es funzt. Ne, irgendwie funktioniert das nicht. Komisch. Tja, ist auch egal. Ich bettel einfach mal hier weiter. Ja, hey, so viele Probleme haben wir ja gar nicht mit denen. Jetzt gleich schon weg hier. Oh, gerade mal an. Greif doch mal an, ihr Junge. So. Ich dachte, es würde mehr Schatz machen, aber anscheinend doch nicht. Geil. Ach ja, falls euch der Livestream gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder am besten bei dem Livestream-Video, wenn das schon oben ist. Ob er euch gefallen hat und wenn ja, ob man den nochmal machen soll oder... Ja, ob man es wiederholen soll, beziehungsweise weitermachen soll. Katanio hat ja schon gesagt, dass er da Bock drauf hätte und ich natürlich auch, da den Magier weiterzumachen, weil ich Magier nur einmal kurz angespielt habe bei Kostik 2 und ich einfach es lustig finde, einfach so Livestream zu machen und da einfach nur Quatsch zu machen. Oh je, war schon geil. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu bereden, oder? Mir fällt eigentlich gerade auch nichts ein. Ja. Ne, mir fällt gerade wirklich nichts ein. Gucken wir es auch hier. Jetzt ist wahrscheinlich der Raum gespiegelt hier. Oh Gott. Wehe, da gibt es hier ja so viele Gegner. Beziehungsweise so viele Assi-Gegner. Oh. Lecker. Was ist das denn da alles an der Wand? Und... Bah. Jetzt sieht die dunkle Brut mal wieder total breit gemacht. Bah und Untote. Scheiße. Weg mit euch. Verpisst euch. War wirklich eklig. War nicht die dunkle Brut. Ich meine die Abscheulichkeiten und Zombies. So sah es ja auch ähnlich aus in dem Turm der Magier. Da war auch alles so eklig. Klar. Der ist ja ein Hörlock. Ne, das ist ja doch noch. Wow. Scheiße. Da ist ja doch noch, ähm, dunkle Brut. Alter, verstehe ich nicht, wieso die dunkle Brut mit Zombies zusammenarbeitet. Das ist mega heftig. Alter, bleib mal stehen, du dreckiger. Und Folter. Jawohl. Geil. Das geht ab hier. Jetzt habe ich es ja alle auf einem Fleck. Knell. Zwei, 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 drei. Los, komm. Jawohl. Und Schell hat auch ordentlich drauf. Jawohl. Das Teil ist echt genial. Muss ich schon sagen. Also Schell. Und betäubt noch mal ein paar. Los. Jawohl. Geil. Hey, die Betäubung. Weil die Verflug her total schnell. Und wenn man ist mal wieder derbe am Abspaß mit ihren Zaubern. Aber ich glaube, die Mana-Regeneration ist total für den Arsch momentan. Da muss ich noch was einstellen. Wenn einer irgendwie Tipps hat dafür, wie man, wenn es Mana-Regeneration noch etwas erhöht, weil die ja jetzt anscheinend total viel Mana verbraucht, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Und Klapp. Sehr recht hilfreich. So. Ist noch irgendwas hier. Hm. Bah, sieht so eklig aus wie im Turm der Magier mit den Abscheulichkeiten. So. Schön die Ruhestätten der Zwerge durchsuchen. Nicht, dass wir hier so ein Rüstungsteil der Legion der Toten verpausen. Da, so eins. Aufmachen. Sofort. Rüstung der Legion. Jawohl, da ist das Teil, ja. Klasse. Das können wir natürlich nicht anlegen. Aber ich will, dass Ogryn das Teil anlegt. Ich glaube, ich glaube, Wyn kann das anlegen, oder? Nee, auch nicht. Bedarf nämlich 42 Magie, beziehungsweise 42 Stärke bei Ogryn. Und so viel Stärke hat er nämlich gar nicht. Er hat eigentlich nur 36. Also ist schon schwer, das hinzukriegen. Beim nächsten Level ab ist das sicher kein Problem. Stimmt, ist, ja, dauert halt ein bisschen, ne? Sieht halt, sieht halt mega geil aus, das Teil. Darum geht's mir erstmal. Ja. Ansonsten, nee, hier gibt's sonst nichts, sonst gar nichts, oder? Ach, hier geht's weiter. Ja, wunderschön. Dann gehen wir mal hier rein. Späuren. Hallo. Tada, hier sind wir. Was ist das denn? Was ist das denn? Bah, was war das für eine Stimme? Novizen-Gesundheitsruhne. Nehmen wir mit. Ist ja auch noch was Geiles drinne. Lederhandschuhe eines Staubfressers. Bah. Was willst du hier Handschuhe haben? Hallo? Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Äh. Okay, und weiter? Dritten Tag? Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Boah. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Nein. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Sie wuchs? Nein. Boah. Wo geht's denn jetzt lang? Scheiße, ich geh erstmal hier oben lang. Ich will wissen, wie es weitergeht. Verdammte Scheiße. Jetzt sofort. Diese Sackgasse. Okay. Dann möchten wir erstmal die Spinnen hier. Bah. Och, Mensch. Muss denn der Shit sein? Das kann ja wohl echt nicht wahr sein hier. Da hinten ist ein Genlock gesandt. Ich glaub, den sollte ich erstmal einen Steinforst geben. Nein, da sind sogar zwei. Ach, du Scheiße. Ich bin gleich total am Arsch. Scheiße, ich bin gleich sogar tot. Schnell Wundumschlag, Alter. Meine Fresse. Oh, na toll, ey. Muss doch nicht sein, oder? Muss denn sowas sein? Nein. Schnell aufstehen. Win Gruppenheilung. Nicht schlapp machen hier. Wunderschön. Am besten gönnt sich jeder noch einen dicken, schwachen Wundumschlag. Einen dicken, schwachen Wundumschlag. Haha. Nein. Was mach ich denn hier? Folterer auf so ein kleines Missvieh? Auf keinen Fall. Dafür setz ich doch keinen Folterer ein. Und, oh, goodness. Total, Scheiße. Mega heftig. Ich soll aber meinen letzten, ah, meinen letzten Schritte dazu wagen, die anzugreifen, aber das klappt eh nicht. Wett ich mit. Und ich bin tot. Wunderschön. So, lass mal hier, lass mal hier meine Freunde in Ruhe, dreckigen. Wie wär's denn mal mit starker Wundumschlag, Schale? Jawohl. Kannst du mal schwachen einsetzen. Wollen wir den nicht angreifen? Ich bin jetzt selber am abspersten. Heilung. Wollte mich verarschen. Lass mal den angreifen. Mega heftig. Wie wär's denn mal mit Knaufschlag? Bam. Mitten in der Fresse. Nein, Ogren. Ach, und die Ogren. Ich dachte nur Schale, meine ich natürlich. Lyrium, schnell Gruppenheilung. Und schnell, geh nochmal. Los. Und, Ogren, gib ihm mal jetzt. Ordentlich. Das Vieh ist doch gleich Platz, Junge. Jetzt gib ihm. Und Schale, mach nicht so einen Quatsch hier. Mach am besten Regenerationsschutz, wenn du das noch hinkriegst. Ja, das muss noch funktionieren. Schnell, los. Na, doch. Alle beträumt, super. Dann wechseln wir mal eben hier in pulverisierende Schläge. Und dann schnell beben. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Schnell am besten noch um... Oder können sie wieder halten? Nein, ich glaube nicht. Doch ein schwachern Wohlumschlag fährt ganz gut. Nein, gerade. Ach nein, Ogren ist auch tot. Scheiße. Wie mach ich denn den Quatsch jetzt hier? Ach du Kacke. Du Kacke. Ich kann jetzt mal... Steinfaust. Weg hier mit dir. Du kriegst auch noch mal derbe. Noch einmal los, komm. Jawohl. Jetzt erstmal auf das Vieh hier drauf. Klappt Versteinerung, das wäre egal. Jawohl. Versteinerung klappt. Sogar Steinfaust geht gerade natürlich nicht. Dafür setze ich mal ganz kurz schwachen Wohlumschlag ein. Na komm, schnell. Steinfaust. Ja, zerbost. Geil. Wow, Wind, du bist echt klasse. Achso, du hast hält dich nicht auf. Ja, das hat man ja gesehen. Klasse, Ogren. So, wenn wir uns mal hier ein... Nicht ehrlich, du bist verletzt. Unglaublich. So, was macht ihr denn für eine Scheiße, meine Fresse? Nächstes Mal muss ich mich besser organisieren. Ich bin etwas müde, tut mir leid. Deswegen sind meine taktischen Fähigkeiten oder meine Synapsen, die für die taktische Planung zuständig sind, einfach überlastet. Einfach total überlastet, ja. Ich musste Kartanio die ganze Zeit anbrüllen. Und hat wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Geschändet? Das hört sich an wie vergewaltigt. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Ach, du Scheiße. Wurde sie geschändet? Das hört sich an wie vergewaltigt. Er hilft dich. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Ach, du Scheiße. Was geht denn hier ab, ey? Sprich! Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Am dritten Tag nagen sie weiter an den Männern. Am vierten Tag warten wir und fürchten unser Schicksal. Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Was ist das? Eine Elf? Fremdartig und unmöglich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich fehle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Ach du Scheiße. Sie genau untersuchen. Sie scheint hohes Fieber zu haben. Ihre Haut ist bleich und voller dunkler Flecken. Sie muss von verdorbenem Fleisch gegessen haben. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Oh. Ist das die Verderbtheit durch die dunkle Brut? Es sieht so anders aus. Verderbtheit. Das waren die Männer. Ihre Wunden eiterten, ihr Verstand löste sich auf. Sie sind wie Hunde, marschierten voran, starben als Erste. Nicht wir. Nicht ich. Nicht Laryn. Wir wurden nicht verwundet. Wir wurden gemästet. Mit Freunden. Und Fleisch. Und Blut. Und... Und... Wie ertrinkt man das? Wie ertrug Branka das? Branka? Wo ist sie? Nicht von Branka reden. Was sie getan hat, mögen die Ahnen uns schützen und mir vergeben. Ich war ihr Hauptmann und habe sie nicht aufgehalten. Ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben? Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist. Äh, was hat sie getan, Hespit? Was hat Branka getan? Ich werde nicht von ihr reden. Von dem, was sie getan hat oder was aus uns geworden ist. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Laryn. Nicht zu Branka. Ach du Scheiße, ich habe total durchgeknallt, ey. Du bist einer Zwerge namens Hespit, einer von Brankas Hauptmännern begegnet. Die war eine Gefangene der dunklen Brute und hat dir erzählt, dass Branka durch die Todesgräme und Hallen von Bonamar gegangen ist. In ihrem Wahn sprach sie auch von dunklen Ding... dunkleren Dingen. Boah, das ist so widerlich. Boah, jetzt kann ich ja nicht schlafen, ey. Fuck it, ey. Scheiße, wieso muss ich mir so einen Scheiß antun, kacke. So, wir müssen jetzt ihr folgen, wahrscheinlich. Vielleicht kriegen wir noch was von ihr raus. Hallo. Na du, hier ist noch ein zerbrochener Stein. Untersuchen. Ich glaube, jetzt geht es derbe ab. Ich glaube, wir sollten uns mal eben hier ein bisschen heulen. Ich glaube, er... Bist müde? Oh man, was bist du denn für einer? Wie viele wir haben hier. Ich glaube, wir nehmen... Einer kann Verletzungsausrüstung nehmen und der andere nimmt am besten... ...zweimal schwache Verletzungsausrüstung, weil... Verletzungsausrüstung nimmt... ...kann drei bis zu drei... ...Verletzungen beheben. Deswegen mache ich es lieber einzeln mit schwacher Verletzung. Nein, das ist super. Alles klar. So, alle haben ihre Modi dran. Nochmal, nehmt ihr doch mal deine Modi. Wir hatten hier... ...präziser Schlag. Ja, ich glaube, das ist richtig so. Präziser Schlag. Jawohl. Und nachher noch Blutdurst. Er muss mal unbezwingend dran machen. Jawohl. Und... Kampfrausch macht er eh gleich an. Und... ...es hier... ...macht natürlich... ...Steinherz. Das ist wunderschön. So, Klugheit brauche ich nicht. Das macht er hier. Bespaltener Städel. Macht mal Abzug auf Klugheit. So lautet das Wort. Doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Nur noch der Amborz. Ach, bei Brankham. Brankham meinen Sie. Okay. Hi, süßen. Nur zwei. Okay, da geht das ja noch klar. Er ist auf den hier. So schnell Volterer. Bäm. Okay, wie wäre es denn, wenn... ...Shale doch nochmal die Aufmerksamkeit von dem Vieh auf sich zieht? Ich glaube, das ist mit... ...standarder Schrei, oder? Äh... ...eines einzelnen Gegners. Jawohl. So, jetzt aber. Hier greift mich an. Super. Das klappt ja ganz geil. Hä, schon fertig? Oh man, das ist ja langweilig. Haha. Wie höflich das abgeht, ey. Shale zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Und dann... ...kriegen wir da gar nichts mehr ab von dem Ogre. Freude-Tanz-Dämonen-Gift nehmen wir vielleicht mal mit. Scheint vielleicht doch viel mit wert zu sein. Boah, fast ein Sauron. Geil. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns... Ach ne, hier unten können wir uns ja gar nicht umgucken. Da hinten können wir uns aber umgucken. Geht's da noch irgendwo rein? Da geht's wirklich noch irgendwo rein. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Sie nahmen uns alle und verwandelten uns. Verstanden. Verstanden? Ja, hab ich verstanden. Habt ihr sicher auch verstanden. Gut. Ach, mir fällt ein, wir könnten ja Shell jetzt neu ausrüsten mit... Vielleicht ein paar anderen Kristallen. Ja. Klarer Feuerkristall macht Schaden 6,5. Ne. Makelloser Blitzkristall macht Schaden 7. Okay. Und mehr Angriff ab. Geil. Ja, dem geben wir jetzt mal Shell. Geil. Haben wir noch irgendwie einen anderen... Von diesem komischen Kristall, die mehr Rüstung machen? Ne. Blitzkristall. Abgeschwitzerte Naturkristalle. Ne, die sind scheiße. Ne, ich glaub, das ist so... Beste möglich... Äh, beste Ausrüstung, die wir jetzt... Dem Vieh geben können. Aber ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ob wir jetzt hier rechts rein müssen oder an den großen... Weg. Oh, ne. Ah, ne. Hier müssen wir uns essen. Ja. Hier ist geil. Ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Was denn? Hä? Du sollst mal erzählen, was du meinst, Junge. Aber jetzt trägt er den trotzdem noch. Außerhalb des Kampfes ist das ja mega fies. Ich hab da extra Mod drauf, dass das hier... Dass man die Gesichter noch sieht. Wer außerhalb des Kampfes. So, was geht denn ab hier? Kann ich mit keinem reden? Mit dem da kann ich reden. Ne, das ist ein Relikt. Dem kann ich nicht reden. Dem auch nicht. Da hätten wir das Legionärsaltar. Ich glaub, wir legen mal ganz kurz noch die Steppe des Archivars an. Der Schatten des Taubengesteins. Der Stein hat einen Willen, der uns umgibt und leitet. Selbst wenn wir uns bewusst davor verschließen. Aber er ist nicht rein. Dem Stein wohnt seit jeher eine Verdorbenheit inne. Damit die Zwerge erfolgreich sein können, muss das Taubegestein, der überflüssige und instabile Fels, weggebrochen werden. Aber wie der Stein selbst hat auch das Taubegestein einen Einfluss. Jeder von uns muss seine schlimmsten Eigenschaften aus sich herausbrechen, denn die Legion der Toten trägt eine einzigartige Verantwortung. Und nur der reine Legionär kann dem Taubengestein begegnen und die Dunkelheit bekämpfen, die den rohen Stein umgibt. So wie er uns umgibt. Und wir müssen ihn beschützen. Hier wo das Licht auf die Finternis trifft. Aha. Interesting. Ich gebe mir eben den Fechtergürtel wieder an. Oder Gurt. So, ich glaube, man kann das hier irgendwie benutzen, aber dann gibt es Ärger. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie das war. Helm der Legion. Oh ja, das ist der letzte Teil, was wir hier haben. Und Legionärsschlüssel. Ein alter Schlüssel, der eine Tür in Bohnheimer öffnet. Inventar voll. Bist du beknackt? Oh, zwergische Helme, Alter. Brauche ich doch nie im Leben. Neue Quest. Die Kaste der Toten. Die Geschichte der Totenkaste hat die Position eines nicht gekennzeichneten Grabes in den Todesgräbern preisgegeben. Okay, aber ich glaube, die greifen uns jetzt an oder sowas. Irgendwas war hier doch. Ja, ja, gut. Ich war richtig. Waren wir gerade nicht mehr so sicher. Jetzt schreien die wieder alle rum, ey. Mega heftig. Flap. So, Shale. Mach ganz schnell Regenerationenstoß. Unbetäubend war. Ja, super. Machen wir mal hier der Bluetooth an. Machen wir das mal ein bisschen mehr ab. Macht die alle sowas von platt, ey. Heftig. Keine Chance. Jawoll, ey. Geht ja mal mega heftig ab hier. Wie die einfach umfallen. Mega geil. Weil die hinterlassen leider nichts. So, dann müssen wir ihm Shale den Helm geben. Ach, nee, Shale. Ich meine schon Ogryn. Der hier sieht zwar schon schnicker aus, aber... Der sieht noch besser aus. Ja, der gehört nämlich zu diesem Set. Aber er kann leider immer noch nicht die normale Rüstung hier tragen. Rüstung der Legion oder die Stiefel davon. Oder die Handschuhe. Die hat ja, glaube ich, Wind momentan an. So. Auf jeden Fall haben wir irgendwie noch einen Grab. Preis gegeben auf der Karte bei den tiefen Wegen. Müssen wir uns gleich nochmal nachher angucken. Wenn wir hier raus sind. Ach ja, und es ist irgendwie so ein Schlüssel hier. Die Kaste der Tod. Ach, da hinten ist nochmal sowas. Aha, Sakrophag. Den können wir da wahrscheinlich mit dem Schlüssel öffnen. Die Männer töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verämpfen, bis in ihr nur noch sie sind. Ach du Scheiße. Die labert mal total gruseliges Zeug. Ey, ich cut gleich ab. Oder hier mal schließen wir das drauf. Gut, fangen wir an. Super. Fleischiger Sack. Boah, ist das widerlich, ey. Boah, erzähl mir doch nicht so ein Kac. Ich prügele dich gleich zusammen, wenn du mir noch einmal so eine Scheiße erzählst. Boah. Mega heftig, ey. Und widerlich. Ah, hier ist das Akophag. Okay. Boah, ist immer so widerlich, wie das beschrieben wird, wie die sich vermehren. Den Sieg in einer Totenkaste. Ein zwergisches Wappen mit tief in die Vergangenheit reichende Wurzeln. Ein neues Feld legt nahe, dass der Träger sich entweder dem alten Herr ausanschließen oder ein neues gründen wollte. Okay, und was heißt das jetzt hier? Wenn ein Beweis für die Herkunft des Haussymbols der Totenkaste gefunden wird, könnte das dazu führen, dass die Legion der Toten als eine Art eigenständiges Adelshaus anerkannt wird. Aha. Damit die Gültigkeit des Anspruchs geprüft werden kann, muss das Symbol in die Erinnerung der Halle der Bewahrung eingetragen werden. Ja, können wir machen, wenn wir wieder ein Orsamer sind. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Boah, ist ja widerlich, ey. Boah. Und gleich wird es derbe heftig, wenn ich mich recht entsinne und wir richtig sind. Und ich hoffe mal nicht. Oh nein. Oh, ich krieg hier noch was. Ich stehe bereit. Du stehst bereit, okay. Du auch. Steinrüstung an. Ja, gut. Boah, wenn das wirklich der Falle sein sollte. Also. Oh Gott. Nein. Bitte nicht. Doch. Wir treffen auf die Brotmutter. Nein. Nein. Boah, ist die eklig hässlich. Boah, das ist die Brotmutter. Ich weiß nicht, ob wir den Koenigseantrag jetzt schon legen sollten. Ich glaub, ich wettel die einfach mal. Wir können später mehr über die erfahren, beziehungsweise seht ihr gleich, was sie machen kann. Ja, da müssen wir die Tentakel, boah. Die Tentakel weg, Mäutzel, ey. Die hat eklig, die Tentakel. Die ist die beknackt, ey. Machen wir mal Regeneration schluss, ob das funktioniert bei diesen Viechern. Will das nicht? Wieso will sie nicht Regeneration schluss machen? Los, komm. Das funktioniert irgendwie nicht. Scheiße, Mann. Oh, da sind schon alle hier aus. Oder, die Ausdauer ist ja schon weg bei dem Vieh. Okay, jetzt alle auf die Brotmutter drauf. Schnell. Blutdose aktivieren. Alten. Will die aufs Maul oder so? Will du hinterlässt Fleck? Nein! Win, schnell halb mich. Na, aber nicht, dass ein Tauber rausnehmen. Schnell auf mich anwenden. Und? Heilung. Scheiße, ich geh immer total Däbe kaputt hier. Nein, ich bin gleich wirklich tot. Alten. Meine Fresse. Schnell. Habe ich nicht noch einen mächtigen Wundumschlag? Oder nur einen starken? Ja, nur einen starken. Na gut, dann nehme ich den mal direkt. Müssen wir uns jetzt mal ein bisschen drauf konzentrieren, dass wir bereit sind, wirklich jeden zu heilen, der gerade von hier genommen wird. Krippe, los! Und kein Brausch. Oh gut, das mache ich lieber doch mal weg. Das könnte gefährlich werden. Bah, die kotzt uns gerade voll. Bah, ist die eklig. Klopft ihr jetzt mal tot hier. Sofort. Und du darfst auch mal gerne einen Lyrium-Trank nehmen. Ich glaube, so viel haben wir. Ach, starker Lyrium-Tanker. Starke Lyrium-Tränke haben wir noch. Ist eigentlich ganz gut. Oh nein, das kommen die wieder. Ich glaube, ich setze mal da vorne. Kann ich das ein bisschen versetzen hier? Ne, es muss. Na, komm schon. Ein wenig nach da. Nein. Und zwar. Ach, verdammt nochmal. Ich weiß ja. Nur dahin setzen, damit die Tentakel angegriffen werden. So, so muss es gut. Ja, alles klar. Ich glaube, ich werde dann mal die hier ein bisschen abseits positionieren. Am besten da. Hey, ihr sollt da hingehen. Ach, seid ihr scheiße oder was? Ah, ich kann grad nicht. Ah, scheiße. Wenn wir jetzt hier Erdbebenen machen, dann geht's der App ab. Wir können ja... Ah, erstmal hier die der ekligen Gen-Logs hier abmetzeln. Hier an den ganzen. Ah, nein. Windrude angegriffen. Scheiße. Schnell. Oh, Flap. Schnell hier. Anglief, anglief. Shell darf auch gerne mal Gebrüll machen oder sowas. Jawohl, betäubt. Super. Das ist klasse. Waffnet und gefährlich. Hört sich mega kacke an, aber egal. So. Noch einen starken Lürenprank, damit er ein bisschen Mana hat. Jawohl. Klasse. Wie wäre es denn, wenn du mal... Ach nee, mich heilen ist noch ein bisschen doof. Ähm, auf diese Viecher kann sein. Oder ist Erdbeben noch aktiv. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wir metzen... Du metzen jetzt eh erstmal hier die Viecher ab. Ah, eklige Zentakel. Weh. Scheiße. Nein. Bin ich auch angegriffen. Bah, ist das eklig. Mach das eklige Teil da weg, ey. Und das gerne mal verjüngen auf mich gleich machen. Ah, ist er noch gar nicht aktiv. Jetzt alle mal ganz schnell auf das Viecher drauf. So, wir machen mal das denn hier. Verjüngen habe ich jetzt gleich aktiv. Ja, jetzt schnell auf mich. Das erhört dann meine Ausdauerregeneration. Nein, nicht schon wieder. Scheiße. Und schnell, heil mich. Heil mich doch, schnell. Bah, das kotzt mich voll, das Viecher. Ihr guckt euch das mal an hier. Bah. Scheiße. Steck dir doch das Schwert einfach in die Brust. Bah, mega heftig, eklig. Weh. So, nochmal eben heilen. Schnell. Oh, nein. Ach, ich habe überlebt. Gut, das ist die Hauptsache. So, gib ihm mal am besten mit Standfaust oder sowas. Oder ihr. Ich weiß, dass das viel und viel sein soll überhaupt. So ein bisschen nachvollziehbar auch machen. So, Nachdruck meine ich so. Am besten halt erstmal, ne, nicht alle. Aber mich auf jeden Fall, weil ich gerade Bluetooth aktiviert habe. Ey. Lass den Scheiß mal. Und zapp. Gleich haben wir die fertig, ey. Eben, schwacher Wundumschlag. Nein, ich bin betäubt. Scheiße. Aber jetzt kommen die Viecher wieder. Schnell Bluetooth. Weg. Und erstmal. Oh nein, jetzt kommen die ganzen Kreischer. Scheiße. Nicht weiter die Brutmutter angreifen, Alter. Mach erstmal die Viecher hier platt. Am besten erstmal mit Gewöhn. Und Aukran greift auch weiter an. Ist der heftig drauf, ey. Ich geh erstmal hier hin. So, erstmal das Viecher platt machen. Und, oh nein, Shay. Du sollst doch nicht die Mutter angreifen, ey. Okay, ich glaube, ich mach... Die kommt eigentlich ganz gut klar da vorne. Win sollte erstmal das Viecher platt machen, würde ich sagen. Ich mach das viel platt hier. Flach. So, Aukran ist gleich tot. Scheiße. Schnell ein bisschen schwacher. Nee, Wundumschlag. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, weiß ich auch, ey. Unglaublich. Sollen wir die Brutmutter denn gleich tot, oder was? Ja. Scheint ganz gut zu laufen. Aber trotzdem sollte Aukran sich mal um das Viecher kümmern ein bisschen. Damit Win jetzt hier nicht die Hand, da belästigt wird. Jawohl. Und dann das Viecher noch. Ich komm wieder in die Brutmutter mit Shell hier. Geil, geil. Brutmutter aktiviert, los. Am besten noch Momentum. Jetzt geht ab, ey. Guckt euch das an. Kritsche Treffer, komm, wir los. Jetzt gleich haben wir das Vieh. Ja. Töte es. Los. Geil. Wow. Deshalb nehmen sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass jemand das zugelassen hat. Branka. Meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. Ach du Scheiße. Brutmutter. Oh Gott, das ist so widerlich. Wah. Es ist bekannt, dass die dunkle Brut ihre Gefangenen in Höhlen unter der Erde verschleppt. Die meisten glauben, sie würden dann gefressen oder irgendwie verdorben und selbst zu dunkler Brut gemacht. Aber das würde die ungeheure Anzahl der Brut nicht erklären. Vorstöße der grauen Wächter in den Untergrund haben die Wahrheit ans Licht gebracht. Setzt man Männer der Verderbtheit der dunklen Brut aus, werden sie wahnsinnig und sterben schließlich daran. In Frauen jedoch finden äußerst schmerzhafte Veränderungen statt, die die meisten das Leben kosten. Aus den Überlebenden werden die grotesken Brutmuttern. Diese gewaltigen Monstern gebären immer mehrere Exemplare der dunkler Brut auf einmal. Eine Brutmutter bringt in ihrem Leben mehrere tausend von ihnen zur Welt. Jeder Typus von dunklem Brut wird von einer anderen Brutmutter geboren. Menschen produzieren Hörlocks, Zwerge, Genlocks, Elfen, Kreischer. Ach, Elfen sind Kreischer. Ach so. Kunari Oga. Ach so. Jetzt kapiere ich das. Die Elfen sind Kreischer, auch die armen Elfen, Mensch. Nein, ich will... Ach, wieso habe ich denn hier keinen Platz mehr? Verdammte Scheiße. Bah, ist das widerlich, ey. Die armen Elfen. Oho. Ach so. Jetzt wisst ihr, wie die dunkle Brut gemacht wird. Ach, leck mich doch. Irgendwas muss ich doch wegschmeißen können. Großschwert, ist das kacke? Ja, das ist kacke, alles klar. Lyra und Tränke sind gut für... Win. Aha, Steinbrecher. Ja, jetzt haben wir noch eine geile Rüstung. Mühsal, massive Zwergenrüstung. Die könnten wir eigentlich direkt mal Dingens geben. Na, wenn unser Inventar nicht voll wäre. Nebenbesetzte Lederstiefel, wer braucht den Scheiß hier? Irgendwas seid, eine Webhandschuhe. Lust, was ich Naturschaden? Naja, weiß ich nicht. Origins Probe. Ich glaube, davon können wir jeweils eins wegschmeißen. Ja. So, das passt auf jeden Fall gut. So, können wir den Oggrind mal eben hier gucken, was er hier tragen kann. Also, Rüstung des Kommandanten der Wächter ist schon ganz gut, aber ich glaube, die andere war ganz gut. Gut, hier Mühsal. Schaden. Wie macht er von uns Naturschaden? Höchstens Schägel, aber... Sonst eigentlich keiner. Ne, ich glaube, das war es eigentlich. Ja, und ich nehme jetzt hier schon eigentlich viel zu lange auf. Ich würde dann... Ich verabschiede mich dann einfach mal. Man kann jetzt noch hier, glaube ich, hier reingehen. Ja, hier kamen diese Viecher drin. Ne, vorne... Ne, hier kann man abhauen. Achso. Aber sonst kann man sich, glaube ich, nicht mehr umschauen, oder? Oder auch hier oben kann man auch her. Ja, ich verabschiede mich aber trotzdem jetzt schon mal. Bin der Endging. Wir haben gegen die Drubhutmutter gekämpft. Bah, gegen eine von wahrscheinlich Millionen in den tiefen Wegen. Und ja. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei, wenn es darum geht, ähm, zum Amos der Leere aufzubrechen, wo wir wahrscheinlich Branka treffen. Oh ja. Wird sich, wird sich klären, was Branka jetzt gemacht hat für Verrat. Oder was für, was es für Verrat begangen hat. Ja. Ähm. Und ansonsten könnt ihr noch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr, ob ihr heute Abend Star Wars sehen wollt, oder doch, doch schon. Die letzte Folge von Dead Space, da ich ja jetzt hier ein paar ausgesetzt habe mit allen Folgen. Ähm, fände ich es auch okay. Okay, mit Dead Space weiterzumachen, beziehungsweise wäre das dann die letzte Dead Space Folge. Also, schreibt es euch in die Kommentare. Wenn keiner was schreibt, dann mache ich einfach Star Wars heute, heute Abend. Also, für euch heute, heute Abend. Ne? Bis dann. Tschüssi.